Was wollt ihr eigentlich von mir, Digga, wenn der Hund da auf der Seite sitzt? Na mal, Hühnerherzen und Schweine, wie das schmeckt, ja? Im Gegensatz zu euch versuche ich wenigstens. Wie willst du das wieder gut machen? Digga, du kannst doch nicht Hundefutter essen. Ich nehme wenigstens Chancen, okay? Klappt vielleicht nicht, aber trotzdem, ich mache was. Was ist mit euch, ja? Weißt du, wo der Fehler ist? Weißt du, wo der Fehler ist? Du solltest als Finisher den Pedigree benutzen. Ich hauere auf die Schmerze. Ey, 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 ey. Sorry, hör auf, hör auf, entspann dich. Wir sind alle Freunde hier. Gib Pfote, gib Pfote. Ey, witz, sitz, sitz, sitz! Ich überleg mir was. Ja, ey. Der Jungs, der hat uns, der Avalanche hat seine Ehre genommen, ehrlich. Ja, ich war richtig gespannt, was er sich jetzt überlegt, weil, ja, da überlegst du ganz schön Fehler. Wie will der davon wieder wegkommen? In seinem Leben nochmal? Ja. Juppie! Du willst mich demütigen, Avalanche? Du willst mich demütigen? Ha? Wer ist jetzt der Hund? Wer? Ja! Oh! Oh!